Die Entwicklung der Erde und der Menschen, bleiben oder gehen. Die Erde schreitet heute durch die Wehen einer gewaltigen neuen Geburt und wird schon innerhalb weniger Jahre in eine Übergangszeit kommen, denn sie wandelt sich nun auf kosmische Art von der Haltung des Krieges zu der des Friedens. Von Hass zu Liebe, von Selbstsucht zu Selbstlosigkeit und die volle Einsicht wird kommen, dass in Zukunft die Menschen genügend Kräfte einsetzen müssen, um gemäß dem Gesetz der Liebe zu leben. In der Entwicklung eines jeden Planeten und seiner Bewohner schlägt die Stunde, da sie die Fülle des Friedens, der Harmonie, der Vollkommenheit und des göttlichen Planes des Weltensystems, zu dem sie gehören, ausdrücken müssen. In dieser Entscheidungsstunde werden diese Bewohner entweder vorwärtsschreiten und den Plan erfüllen oder der Teil, der sich der neuen Tätigkeit nicht einordnet, versetzt sich selber in einen anderen Schulraum des Weltalls, bis diese Persönlichkeiten gelernt haben, dem Leben zu gehorchen. Das Gesetz des Lebens bedeutet Himmel, Frieden, Harmonie und Liebe für jedes erschaffene Ding. Selbst die Äther des unendlichen Raumes drücken diese Harmonie überall aus. Die Menschen sind die einzigen Schöpfer der Hölle. Sie können das Gesetz des Lebens annehmen und ihm gehorchen und sich dadurch all der guten Dinge des reiches Gottes erfreuen oder sie gehorchen dem Gesetz nicht und werden durch ihren eigenen, selbst geschaffenen Missklang gebrochen, wie ein Schilfrohr im Sturmwind. Jeder Einzelne trägt jeden Augenblick seinen eigenen Himmel oder seine eigene Hölle mit sich. Denn diese sind nur die Ergebnisse Verstandes und empfindungsmäßiger Zustände, die der Mensch durch seine eigene Haltung selber geschaffen hat. Sie haben keine andere Ursache. Über dieses von den Menschen angerichtete Chaos der Vergangenheit gießen die aufgestiegenen Meister und großen kosmischen Boten nun mächtige Ströme von Liebe und Harmonie aus, von denen der Friede abhängt. Die Menschen haben so lange gegen den großen kosmischen Liebestrom, der sich ständig zu segnen sucht, angetämpft, dass sie nun gezwungen werden, sich umzuwenden und das Licht zu suchen, wenn sie inmitten ihrer eigenen, zerstörenden Aus- und Rückstrahlungen der Vergangenheit überleben wollen. Das stete Gebot der aufgestiegenen Meister lautet, Lasst das große Licht der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart rasch die Menschen der Erde umzahmen, damit ihre Leiden ein Ende finden. Not und Finsternis und Unwissenheit gibt es nur aus Mangel an Liebe. Reborn und ich blieben als Einzige in den nächsten Wochen auf der Rensch. Wir erhielten herrliche Briefe von Nada und Rex, gelegentlich auch von Pearl. Sie waren von Herzen dankbar für die wunderschöne Wohnung, die Saint-Germain ihnen in seiner Liebe verschafft hatte. Zwei andere seiner Schüler, ein Bursche und ein Mädchen, besorgten ihnen den Haushalt. Sie waren aus Arabien gekommen und die helfende Güte selber. Am 24. September besuchten Reborn und ich zum letzten Mal das Bergwerk, ehe wir nach Washington reisten. Die Reise war wunderschön und wir fühlten greifbar die über uns schwebende Kraft der magischen Gegenwart, was uns mit unaussträchtlicher Freude und Glückseligkeit erfüllte. Bob erwartete uns, da Saint-Germain ihm durch eine Botschaft unsere Ankunft mitgeteilt hatte. Reborn wollte als Zweck dieser Reise mit seinen Arbeitern in nähere Verbindung kommen und ihnen eine sie segnende Strahlung bringen. Er sprach zu den Krallschichten, als sie von der Arbeit kamen und erzählte ihnen vom neuen Oberaufseher, Dave Sassalent. Sie würdigten Reborns Güte und Großmut voll auf. Als er ihnen für ihre gute Arbeit dankte und sie ermutigte, schien er eher ein Bruder als ein Arbeitgeber zu sein. Ich staunte immer wieder über die Kraft der Liebe, wie sehr sie die Menschen und ihr Werk segnet, wenn sie wirklich aufgenommen und geliebt wird. Reborn war ein leuchtendes Beispiel ihrer Wirksamkeit und Weisheit in der praktischen täglichen Erfahrung des Geschäftslebens. An diesem Abend erzählte Reborn Bob viele Dinge, die Saint-Germain ihm in Stunden der Belehrung offenbart hatte. Bob war glücklich wie ein kleiner Schuljunge und für alles Empfangene von Herzen dankbar. Am nächsten Morgen sagten wir drei uns lebewohl mit Herzen voller Liebe. Reborn und ich erreichten die Ranch nach guter Fahrt und gingen früh schlafen. Am nächsten Morgen schlug Reborn vor, mit dem herrnischen arabischen Pferd auszureiten. Ich sollte Pegasus reiten. Als der Reitknecht das Pferd ausließ, kam es in vollem Galopp zu mir und rief seine Nase an meiner Schulter, als wenn es seine Freude zeigen wollte, dass ich es nicht vergessen habe. Reborn bestieg das schwarze Ross von rechts und wir ritten in kurzem Galopp davon. Als wir den Hügeln entlang zurückkehrten, stellte Pegasus sich plötzlich wie angewurzelt hin und war nicht mehr zu bewegen. Reborn meinte, lass ihn gewähren. Er weise eine Klapperschlange in der Nähe, gib die Zügel frei und beobachte, was geschehen wird. Das Pferd ging langsam ein kleines Stück weiter und dann blick es stehen. Wir hörten deutlich das Klappern und sahen kurz vor uns eine mächtige Schlange. Reborn warnte mich, berühre die Zügel nicht, du wirst etwas Außergewöhnliches erleben. Pegasus hob seinen rechten Fuß und begann langsam nach der Schlange zu schlagen, die Schaf im Auge behalten. Plötzlich zuckte die Schlange vorwärts zum Angriff. Wie der Blitz fuhr der Ruf des Pferdes auf den Kopf der Schlange und trennte ihn gänzlich vom Rumpf. Ich konnte nicht anders. Ich streichelte den Hals des edlen Tieres, doch es war ganz ruhig. Ich stieg ab und nahm die Klappe an mich. Sie bestand aus zwölf Stücken. Gib mir die Klappe zum Tragen, sagte Reborn. Pegasus wird nicht dulden, dass du sie mit dir auf seinen Rücken nimmst. Er weist sie heftig zurück. Am nächsten Morgen fuhren wir nach Denver. Wir gingen sogleich ins Brown Palace Hotel, wo wir ein Schreiben vom Gelord vorfanden mit der Bitte, ihn sogleich in seinen Zimmern aufzudupen. Dort wurden wir von ihm freundlichst begrüßt. Er ließ unsere Koffer aufgeben. Als der Mann die Empfangscheine brachte, wusste Gelord, ehe er nachsah, dass einer fehlte. Er sagte, guter Mann, sie haben einen der Gepäckscheine vergessen. Der Träger sah sein Irrtum ein und brachte später den fehlenden Schein. Wir bestiegen den Zug um neun Uhr abends und fanden drei Schlafräume nebeneinander für uns belegt. Gelord entschuldigte sich sogleich mit den Worten. Ich möchte mich zurückziehen und meinen Körper verlassen, da ich in Arabien weitere Aufträge holen muss. Bis zum Frühstück werde ich wieder da sein. Als zum ersten Frühstück gerufen wurde, gingen Gelord, Reborn und ich in den Speisebaden. Während wir beim Frühstück saßen, ging ein dunkler, stattlicher, seliger Mann an unserem Tisch vorbei, in Begleitung einer auffallend schönen Frau. Unwillkürlich beachteten wir die beiden. Nach dem Frühstück forderte uns Gelord auf, ihn in seinen Wohnraum zu begleiten. Als wir uns dort gesetzt hatten, erklärte er uns, dieser Mann und diese Frau sind zwei kommunistische Vertreter, mit denen wir uns zu befassen haben. Wir sind vollkommen in Sicherheit, da die beiden nicht wissen, wie sie sich und ihre Geheimnisse durch die Kraft des inneren Lichtes schützen können. Sie dienen nicht dem Wichte und sind daher unfähig, es selbst und seine Kraft für ihre Zwecke zu benutzen, wie wir es können. Doch müssen wir trotzdem auf der Hut sein, damit sie an keiner Stelle etwas von unserer Tätigkeit zu ahnen vermögen. Die Begleiterin des Mannes ist eine der geschicktesten, gefährlichsten und in Europa berüchtigsten Personen. Gürte deinen Panzer um, sagte er zu mir, denn wenn die Zeit gekommen ist, wirst du deine ganze Kraft und Fähigkeit der Diplomatie einzusetzen haben, um dieser Frau Meister zu werden. Du hast dabei eine äußerst wichtige Rolle zu spielen. Doch ich kenne deinen Mut, deine Haltung und dein Selbstvertrauen aus der inneren mächtigen Ich-Bin-Gegenwart. Sie werden dir siegreich durchhelfen. Durch meinen Besuch im fernen Osten während der letzten Nacht erfuhr ich, dass wir hier nicht so bald einzugreifen haben werden. Die Werkzeuge der finsteren Kraft arbeiten bereits durch Betrug, Verrat und Bestechung. Ihr seht nun, wie weise Saint-Germain vorgearbeitet hat, als er euch während der drei Tage in der Höhle der Symbole schulte und höher stimmte. Wundert stimmte? Wundert ihr euch, dass ich diesen Ort auch kenne? Ich weite öfter dort. Magst du uns von deinen Erlebnissen berichten? Soweit es dir gestattet ist, fragte ich ihn. Das werde ich gerne tun, antwortete er freundlich, doch zu eurer Belehrung und Erleuchtung, nicht zur bloßen Unterhaltung. In Chicago werden wir umsteigen und um neun Uhr abends weiterfahren. Dann werde ich euch wieder aufsuchen. Wenn wir Chicago erreichen, nehmt alles Gepäck in euer Abteil und wartet auf mich. Ich werde euch wichtige Mitteilungen überbringen. Als der Zug in Chicago einfuhr, stieg Gelord aus und verschwand zugleich in der Menge. Ich sagte zu Reborn, er muss den Mantel der Unsichtbarkeit um sich geworfen haben. So rasch ist er verschwunden. Wir stiegen um in unser vorbestelltes Abteil. Als der Zug abfuhr, hörten wir Gelord sein Abteil betreten. Nach etwa zehn Minuten klopfte er an unsere Tür und lud uns ein, zu ihm zu kommen. Es war, wie ich dachte, meinte er. Unser Gegner hat in dieser Stadt einen mächtigen Helfer, einen hohen Beamten, der für seine Unterstützung der zerstörenden Tätigkeiten große Geldsummen erhält. Doch wird er überwacht und morgenfrüh verhaftet werden. Man wird nicht wagen, es öffentlich bekannt zu geben, wegen anderer, mit denen er in Verbindung steht und deren hohe Stellung es zu gefährlich macht, seinen Namen zu nennen. Es ist immer wieder die alte Geschichte. Wird der Kampf im Lager des Lasters zu wild, so sieht sich jeder allein und seine Taten fangen ihn in seinen eigenen Netzen. Der Mann und seine Gefährtin, die wir beim letzten Frühstück sahen, bewohnen das Abteil neben dir, sagte er zu mir. Doch wirst du zur gegebenen Zeit genau das Richtige zu tun, wissen und auch tun. Das